Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 7. Februar. Heute haben wir dabei IGTV, Instagram, 7-Eleven, Tinder, YouTube Music und Play Store. Ja, wir beginnen mit IGTV. Da haben wir ja vor ein paar Folgen noch drüber geredet, dass es scheint, als ob Instagram IGTV runterfährt. Aber jetzt, Überraschung, es gibt einen internen Test und Instagram möchte jetzt Kreatoren ermöglichen, IGTV zu monetarisieren, entsprechend Werbung zu schalten und dann einen entsprechenden Prozentsatz an die Creators abgeben. Ja, also, totgesagte Leben länger. Ich bin gespannt, wenn das wirklich dann launcht. Und bleiben wir gleich bei Instagram. Die haben auch heute ein neues Feature in ihre Standard-App reingebracht, also in Instagram selber. Und zwar launchen sie die Following-Categories. Ich weiß nicht, wie es in Deutsch heißt. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Aber auf jeden Fall werden jetzt die Leute, denen ihr folgt, die werden jetzt in Kategorien gepackt. Und man kann sehen, mit wem man am meisten interagiert, mit wem man am wenigsten interagiert. Und im Prinzip schlägt damit Instagram vor, wem man vielleicht entfolgen sollte, weil man sich das eh nicht anguckt oder zumindest nicht reagiert. Auf jeden Fall sehr interessant, die Entwicklung. Ich werde es mir auf jeden Fall am Wochenende auch mal anschauen. 7-Eleven, das ist ja so eine, ja, wie beschreibt man das? Das ist so eine Store-Kette in Amerika und Asien, wo man eigentlich alles kriegt. Kleinere Läden, also größer als ein Kiosk, aber kleiner als ein Supermarkt. Und ja gut, vielleicht vergleicht man mit Rewe2Go hier in Deutschland. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. Die haben jetzt auch einen Store rausgebracht oder aufgemacht, in dem es keinen Kassierer gibt. Ähnlich also wie Amazon Go, wo man reingeht, Sachen nimmt und rausgeht und automatisch bezahlt, hat 7-Eleven das auch aufgesetzt. Erstmal nur als Konzept in ihrem Headquarter in Texas. Und es dürfen auch nur Employees derzeit rein. Ich dachte schon, ich könnte mir das mal angucken, während der South Buy. Es war eine 3-Stunden-Fahrt, aber vielleicht hätte ich es gemacht. Aber wenn es eh erst mal nur für Employees ist, dann kann man da nichts machen. Ist auf jeden Fall spannend. Der Trend geht anscheinend weiter. Ich freue mich auf jeden Fall auf meine erste Erfahrung in so einem kassiererlosen Laden, um zu gucken, was das für ein Gefühl ist und wie das funktioniert. Nächstes Thema, Tinder. Die haben jetzt angekündigt, dass sie neue Filter herausbringen werden. Bislang kann man den Tinder ja nach Alter und Distanz filtern und angeben, glaube ich, welches Geschlecht man sucht. Und da sollen jetzt einfach mehr Filter noch dazukommen. Der Konkurrent Bumble hatte nämlich im Dezember entsprechend mehr Filter rausgebracht. Tinder zieht jetzt nach. Hat noch nicht gesagt, was genau für Filter sie anbieten werden. Hat aber schon gesagt, dass nicht alle Filter in der freien Version zur Verfügung stehen und dass man erst ein paar Spezialfilter in der Bezahlversion bekommt. Ja, bleiben wir mal dran und gucken, was da noch kommt. YouTube, beziehungsweise YouTube Music für Android, die haben ein neues Feature bekommen. Und zwar zeigen die jetzt Songtexte an, während das Lied spielt. Schön, macht die Konkurrenz von Spotify ja durchaus schon länger. In Partnerschaft mit Genius und bei Google in YouTube Music wird am Ende auch die Quelle des Liedtextes angegeben. Das scheint dann, dass sie durchaus nicht nur auf einen Dienst zurückgreifen. Und bleiben wir auch mehr oder weniger bei Google oder beim Google Play Store. Da darf Huawei ja nicht mitmachen. Und die haben dann gedacht, wir bauen einen eigenen App Store. Und das ist natürlich eher zum Scheitern verurteilt, wenn jeder seinen eigenen kleinen App Store baut. Gerade bei den ganzen Android-Anbietern. Aber was ist jetzt passiert? Es haben sich die großen chinesischen Anbieter zusammengetan. Xiaomi, Huawei, Oppo und Vivo wollen jetzt in der Global Developer Service Alliance, GDSA, einen eigenen App Store für Android außerhalb von Amerika und Europa etablieren. Das finde ich eine spannende Sache. Wenn die Großen an einem Strang ziehen, dann kann da wirklich was raus werden. Und das kann dann durchaus entsprechend auch Google ein bisschen was von ihrem Business abgreifen. Also das auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, wo ich gespannt bin, was sich da in den nächsten Wochen so alles tut. Und ja, damit haben wir auch die Folge für heute durch. Ich wünsche euch einen großartigen Freitag. Bleibt positiv, habt ein tolles Wochenende. Und ab Montag steht euch der Martin hier im Daily wieder zur Verfügung und versorgt euch mit den entsprechenden News. Hört mehr Geek Talk.